Zwischen Zürich und Bern Basel und Luzern, im schweizerischen Mittelland gelegen, umgeben von den hügeligen Bergketten des Jura und dem idyllischen Hallwieler See, begeistert der Aargau mit seiner wunderbaren Natur immer wieder aufs Neue. Seit 57 Jahren lässt sich auch das Argovia Philharmonic von seiner Heimat inspirieren. Als kultureller Leuchtturm der Region wird es in über 100 Konzerten in der Saison 2019-2020 in allen Regionen des Aargaus zu hören sein, darunter auch im Rahmen seiner fünf Abozyklen in Aarau und Baden. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020